Nachdenkseiten Die kritische Website Ukrainische Soldaten beschießen 9. Mai-Demonstration und Polizeizentrale in Mariupol. Ein Bericht aus Moskau von Ulrich Haydn. Der Angriff ukrainischer Soldaten, Nationalgardisten und Azov-Mitglieder auf eine Demonstration zum Tag des Sieges über Hitler-Deutschlands am 9. Mai 2014 in Mariupol und die Beschießung der örtlichen Polizeizentrale, wo sich meuternde Polizisten verbarrikatiert hatten, am gleichen Tag war nach dem Brand des Gewerkschaftshauses in Odessa ein weiterer Zündfunken im ukrainischen Bürgerkrieg. In Mariupol starben am 9. Mai 2014 durch die Kugeln ukrainischer Sicherheitskräfte 26 Menschen. 35 Personen wurden verletzt. Die Gewalt in Mariupol war Folge des ukrainischen Bürgerkrieges, der nach dem Staatsstreichen Kiew am 22. Februar 2014 begann. Am 23. Februar wurde von der Werchow-Narada das Gesetz über die Regionalsprachen zurückgerufen. Nach dem Gesetz war die russische Sprache in den Regionen, in denen mehr als 10% der Einwohner russische Abstammung waren, zweite offizielle Sprache. In die neue ukrainische Regierung wurden mehrere Minister der rechtsradikalen Partei Swoboda berufen. Im vorwiegend russischsprachigen Südosten der Ukraine kochten die Emotionen nach diesen Entscheidungen hoch. Am 6. April 2014 besetzten im Anschluss an große Demonstrationen Anti-Maidan-Aktivisten die Gebietsverwaltungen in den Städten Tcharkov, Lugansk und Donetsk. Am 12. April 2014 besuchte der CIA-Direktor John Brennan Kiew. Bei den Beratungen mit der ukrainischen Regierung wurde offenbar der Beschluss gefasst, eine Anti-Terror-Operation in der Südost-Ukraine zu starten. Am Tag darauf gab der geschäftsführende ukrainische Präsident Alexander Turcinov den Beginn einer Anti-Terror-Operation im Südosten der Ukraine bekannt. Den 9. Mai 2014 wird man Mariupol nie vergessen. Mariupol hatte es schon seit Mitte April 2014 gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Anhängern der am 7. April ausgerufenen Volksrepublik Donetsk und ukrainischen Sicherheitskräften gegeben. Am 13. April besetzten Anhänger der Volksrepublik die Stadtverwaltung von Mariupol. Am 7. Mai eroberten ukrainische Sicherheitskräfte unter Einsatz von Tränengas die besetzte Stadtverwaltung zurück und verhaftete die Besetzer. Die Spannung in der Industriestadt Mariupol stieg von Tag zu Tag. In die Stadt waren ukrainische Militäreinheiten der 72. Brigade, Einheiten der Nationalgarde und des neu gegründeten rechtsradikalen Freiwilligenbataillons Asov eingerückt. Mariupol gehörte zum ukrainischen Verwaltungsgebiet Donetsk. Für den 11. Mai 2014 hatten die Aufständischen, die in Donetsk und Lugansk bereits Regierungsgebäude besetzt hatten, ein Referendum über die Unabhängigkeit der Volksrepublik Donetsk und Lugansk angesetzt. Diese Referenten versuchte die Regierung in Kiew durch den Einsatz von Militär zu verhindern. Als am 9. Mai im Zentrum von Mariupol eine Demonstration zum Tag des Sieges über Hitler-Deutschland stattfand, schossen ukrainische Soldaten und Sicherheitskräfte wahllos auf unbewaffnete Demonstranten und Passanten. Säuberten die Gebietsverwaltung, schüchterten die Anwohner der Stadt mit Gewehrsalven ein und jagten mit ihren Schützenpanzern über von Anwohnern errichtete Barrikaden. Anwohner versuchten mit nackten Händen ukrainische Schützenpanzer aufzuhalten und Soldaten zum Rückzug zu überreden. Bereits am Morgen des 9. Mai hatten ukrainische Soldaten die Polizeizentrale von Mariupol mit schweren Waffen beschossen. Ukrainisches Militär brach mit gepanzerten Fahrzeugen Breschen in die Polizeizentrale. Das Gebäude geriet in Brand. Polizisten versuchten, sich mit einem Sprung aus dem Fenster zu retten. Das offizielle Kiew begründete die Beschießung damit, dass 60 Separatisten die Polizeizentrale angegriffen hätten. Der wahre Grund für den Angriff auf die Polizeizentrale war jedoch, dass die Polizisten sich geweigert hatten, auf die Teilnehmer der Demonstration zum Siegestag zu schießen. Auslöser für die Beschießung der Polizeizentrale von Mariupol war der Hilferuf des städtischen Polizeichefs Valery Andruschik gewesen. Dieser war am 1. Mai 2014 von der Regierung in Kiew als neuer Polizeichef eingesetzt worden. Als er seinen untergebenen Befall auf sogenannte Provokateure, die angeblich in großer Zahl an der Parade zum Siegestag teilnehmen, ohne Vorwarnung zu schießen, wollten seine Untergebenen den Befehl nicht ausführen. Um sich Respekt zu verschaffen, soll der Polizeichef dann angeblich einen seiner Untergebenen mit einem Schuss aus der Dienstwaffe verletzt und sich danach in seinem Dienstzimmer verbarrikadiert haben. Von dort rief er die ukrainischen Militärs um Hilfe. Die rückten mit Schützenpanzern sowie Angehörigen der Nationalgarde und Mitgliedern paramilitärischer Gruppen an und begannen, das Gebäude zu beschießen. Die Anwohner von Mariupol waren empört. Sie riefen, fasst unsere Polizei nicht an, verschwindet aus unserer Stadt, Faschisten. Das Referendum fand trotzdem statt. Trotz der tragischen Ereignisse in Mariupol fand in den von Separatisten kontrollierten Gebieten der Verwaltungseinheiten Donetsk und Lugansk Referenten über die Unabhängigkeit statt. Auf den Abstimmungszetteln stand in russischer und ukrainischer Sprache eine einzige Frage. Unterstützen Sie den Akt der staatlichen Unabhängigkeit der Volksrepublik Donetsk. Die Beteiligung an den Referenten lag nach Angaben der Zentralen Wahlkommission im Gebiet Donetsk bei 71 Prozent und im Gebiet Lugansk, wo ebenfalls abgestimmt wurde, bei 80 Prozent. Im Gebiet Donetsk stimmten 89 Prozent, im Gebiet Lugansk 96 Prozent für die Unabhängigkeit. Privatarmee des Oligarchen Kolomoisky schoss in die Menge. Nicht überall verlief das Referendum friedlich. In der Stadt Krasnoarmaisk im Gebiet Donetsk blockierten Mitglieder einer bewaffneten Einheit aus Dnepropetrovsk das in der Gebietsverwaltung untergebrachte Wahllokal. Weil die bewaffneten Männer mit gepanzerten Autos der Privatbank gekommen waren, gingen Beobachter davon aus, dass es sich um Mitglieder der Sicherheitstruppe von Privatbankbesitzer Igor Kolomoisky handelte. Als die unbewaffneten Bürger der Stadt den Mitgliedern der Spezialeinheit aus Protest gegen die Blockade des Wahllokals den Weg versperrten, schossen die Mitglieder der Spezialeinheit offenbar in Panik in die Menge. Wie der Korrespondent des westlich orientierten Radios Eko Moskwi per Twitter berichtete, wurde ein unbewaffneter Bürger getötet, mehrere Menschen wurden verletzt. Oligarch Achmetov forderte Einstellung der Militäroperationen. Der damals reichste Mann in der Ukraine, der Oligarch, Renat Achmetov, dem im Donbass zahlreiche große Betriebe gehörten, unter anderem auch die Stahlhütte in Mariupol mit 30.000 Mitarbeitern, rief die Regierung in Kiew Anfang Mai 2014 dazu auf, die Kiefer Militäroperationen im Südosten der Ukraine abzubrechen. Der Oligarch argumentierte, Zitat, weitere Militäroperationen auf dem Territorium des Donbass führen nur dazu, dass die Mehrheit der Bevölkerung das Vertrauen und die Achtung vor der Macht verliert. Zitat Ende. Oligarch Achmetov gehörte zu den Förderern des gestürzten ukrainischen Präsidenten Viktor Yanukovych, wechselte aber später ins Lager der Kiefer Staatsstreichregierung. Bis zum Einmarsch der russischen Armeen in die Ukraine versuchte Kiew, die Stadt Mariupol zur Hauptstadt des Gebietes Donetsk auszubauen. In der Stadt wurden zahlreiche Militäreinheiten mit schwerer Bewaffnung stationiert. Als die russische Armee Mariupol Ende Februar 2022 angriff, verbarrikadierten sich ukrainische Militäreinheiten und Asov-Mitglieder nach russischen Angaben vorwiegend in Krankenhäusern, Schulen und Wohnhäusern. Das war offenbar einer der Gründe, warum ein großer Teil der Stadt bei den Kämpfen Anfang 2022 zerstört wurde. In den letzten zwei Jahren wurden zahlreiche Gebäude wieder instand gesetzt. Mariupol trägt noch die Zeichen des Krieges. In der Stadt ist es aber nach Berichten von Augenzeugen ruhiger als in Donetsk und Lugansk. Unser Buchtipp. Ulrich Heiden. Der längste Krieg in Europa seit 1945, Augenzeugenberichte aus dem Donbass. Erschienen bei Tradition in Hamburg im Jahr 2022. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Jungen.